Kubina Vollmann, du bist jetzt knapp drei Wochen bei der Spielvereinigung. Wie gefällt es dir? Ja, eigentlich ganz gut. Die Mannschaft ist richtig gut, ist eine geile Truppe, es macht richtig Spaß daran zu spielen. Und ja, ich bin ganz glücklich über den Transfer. Es war die richtige Entscheidung, das merke ich jetzt schon. Das Ganze ging ja recht flott. Wie ist der Transfer zustande gekommen? Ja, irgendwie ging es immer so hin und her zwischen Berater, Verein und 60 noch. Und dann irgendwann kam der Entschluss auch von meiner Seite aus, dass vielleicht ein Wechsel zu Unterhaching mir gut tut, dass ich Spielpraxis sammle in der dritten Liga. Und das ging ja alles richtig am vorletzten, am letzten Transfertag. Du bist ja nur aufgeliehen. Wie ist deine langfristige Perspektive her bei den Löwen? Ja, es ist ja so, dass ich nur ein Jahr hier bin, das steht fest. Ich habe einen Vertrag noch bei 60 unterschrieben für ein Jahr nächstes Jahr. Also sehe ich da meine Zukunft eher schon hier, also nicht hier, sondern bei den Löwen. In 17 Jahren bist du ja der Jüngste im Team. Wie fühlt sich das an? Ja, ich bin es gewohnt. Ich bin eigentlich schon seit, eigentlich jedes Jahr der Jüngste. Ich bin relativ spät geworden im Jahr, deswegen bin ich es gewohnt. Ich muss alles halt tragen, aber da bin ich schon gewohnt. Was ist deine große Umstellung von der Regionalliga in die dritte Liga? Vom Tempo ist es mehr und schneller, aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Am Samstag ist die Mannschaft auf den zweiten Wegabsteiger aus der Brücke. Wie geht das Team mit den zwei Niederlagen um? Das Team geht eigentlich damit ganz gut um. Wir wissen ja, was wir können und wir haben ja nicht schlecht gespielt. Wir müssen uns unsere Chancen nutzen und dann wird es auch. Und dann kommen wir auch wieder zurück auf die Erfolgsspur. Ich bin mir sicher.